Ich bin Gudrun Kroll und betreibe mit meinem Mann zusammen die Elsässer Stube in Herne. Das ist ein französisches Restaurant. Wir haben gemerkt, dass Online-Marketing für uns unheimlich wichtig geworden ist, dass man auch sein Restaurant vorstellt, dass es bekannt wird, dass Kunden Bewertungen schreiben. Und was wir durch Ranking Coach gelernt haben, ist, wie wichtig es ist, auch auf die Bewertungen einzugehen und wie viele Gäste wir dadurch gewinnen können. Wir merken den Erfolg auch daran, dass wir wesentlich mehr Gäste aus weiteren Regionen bekommen haben, die uns kennengelernt haben und teilweise jetzt sogar schon Stammgäste sind. Der Kontakt mit den Kunden ist das Wunderbarste, was man sich vorstellen kann. Und es ist wunderbar, dass der Kontakt auch online weitergeführt werden kann. Und diesen Kontakt möchte ich heute nicht mehr wissen.